Hallo und Willkommen zu diesem Capstone Video. Wir haben hier eine Kugel mit Radius 1 gegeben. Umgeschrieben um diese Kugel ist ein Drehzylinder, ebenfalls Grundfläche, Radius 1. Eingeschrieben in diesen Drehzylinder ist ein Drehkegel, dessen Grundfläche ebenfalls den Radius 1 hat. Wir sollen nun folgende Verhältnisse aufstellen, V1 zu V2 und V2 zu V3, wobei V1 das Volumen des Drehzylinders ist, V2 das Volumen der Kugel und V3 das Volumen des Drehkegels ist. Sehen wir uns also nacheinander diese Formeln einzeln an. Beginnen wir mal mit V1. V1 ist also das Volumen des Drehzylinders. Dieser Drehzylinder hat als Volumsformel wie jedes andere Prisma auch G mal H. Die Grundfläche ist in diesem Fall ein Kreis R² mal Pi mal H. Setzen wir nun noch ein. Wir wissen ja, der Radius hat genau 1, also 1² mal Pi und nachdem der Radius 1 ist, beträgt die Höhe dieses Drehzylinders natürlich 2. Also ergibt sich Gesamt 2 mal Pi. Wie sieht die Formel der Kugel aus? V2, Volumen der Kugel, allgemein 4 mal R hoch 3 mal Pi. Und nachdem wir wissen, dass der Radius genau 1 beträgt, 1 hoch 3 ist ebenfalls 1, haben wir also 4 Drittel mal Pi. Bleibt noch die Formel für den Drehkegel. Der Drehkegel bei 3 ist ja nichts anderes als eine Pyramide mit kreisrunder der Kreisfläche G mal H. Wie wir bereits wissen, ist die Grundfläche ein Kreis mit R² mal Pi. Die Höhe ist 2, der Radius beträgt 1. R² mal Pi mal Pi mal H Drittel oder 1² mal Pi mal 2 sind also 2 Drittel mal Pi. Wir haben also unsere drei Formeln fertig. V3, V2 und V1 und können nun also unsere Verhältnisse anschreiben. V1 zu V2 ist also 2 mal Pi zu 4 Drittel mal Pi. oder wenn wir Pi hier kürzen und auf beiden Seiten mit 3 multiplizieren, sehen wir, dass wir das Verhältnis 6 zu 4 oder 3 zu 2 erhalten. Volumen von Drehzylinder und Kugel verhalten sich also wie 3 zu 2. Das zweite Verhältnis, V2 zu V3, 4 Drittel mal Pi zu 2 Drittel mal Pi. Sieht man sofort, auch hier lässt sich kürzen, nämlich Pi und Drittel und man erhält das Verhältnis 4 zu 2 oder kurz 2 zu 1. Kugel zu Drehkegel verhalten sich also wie 2 zu 1. Damit haben wir dieses Beispiel richtig gelöst.